Tja, dann wäre es schon, ne? Sponig. Ja! Ja, da sind die Kurven draußen. Ja, wusste ich, aber der hat mich gezogen, ne? Ja, da musste ich aber, der hat mich gezogen, ne? Ja, ja. Aber sonst ist das ein Logo, ne? Nee, sonst geht das gar nicht. Hier kann man reinbremsen. Das ist eine gute Kurven. Da muss man reinbremsen. Das ist aber nur das Kurvenlicht, ne? Ja, da musst du doch. Ja, ja. Hier blieb ins Geld, was ist das? Ja, ja. Was macht der denn da? Ja, ja. Unfallgefahren. Achso, hier. Ja, hier hat sich da oben gefahren. Ja, weggefahren. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, der ist schnell. Ja. Oh, der Fuchsöre wird nicht gebremst voll das Logo. Ich weiß nicht, ob meine Serienbrüse da, wie er das jetzt gepackt hätte. Ja. Das war aber noch nicht grenzwertig, ne? Ja, für die bremsen nicht. Nö. Das wäre der Ranzi, der war eben schon so langsam. Ja, der ist aber auch ein Lerner. Geht ein kleines Stück geradeaus, kann da super Gas geben, ne? Ja. Jetzt sind wir auch grad voll, der ist uns voll in die Linie eingezogen. War auch ganz eng. Voll in den Lader. Hier liegt wieder Wasser. Oh, Freunde, bitte! So macht es jetzt für dich wirklich Spaß, ne? Ja, ja. Der Däne, ne? Der ist nur am Bremsen die ganze Zeit. Der Däne, ne? Der ist nur am Bremsen die ganze Zeit. Ah, joh. Ich sehe hier. Däne, ne? Das ist nur am Bremsen. Oh, 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 oh. Bremsen die ganze Zeit, ne? Der Däne, ne? Prends der Däne, Sie dort und nicht? Ja, 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 ja. Deine, Mannheim. Hier liegt ein kleiner Punkt. Ja gut, noch versaut. Ja, Bremspunkt versaut, Einlenkpunkt versaut. Alles versaut. Und wo trock dennoch noch? Einen Lenkpunkt sehe ich nicht. In der Mitte von dem Ratterstein. Genau in der Mitte von dem Ratterstein. Unverbranntes Benzin. Ich habe auch mal die Bremsen vor. Dann kannst du es auch neu schlagen. Ja, warum hau ich jetzt? Ja. 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 Wenn du mir schleifst, wie bei dir damals. Nicht so extrem, aber... Muss die Kante umlegen. Fass die Bessere Linie her. Pass ich wie viel Runden gerade? Ja, aber du... Der ist nur halt schneller, wenn er leichter ist. Und natürlich wesentlich mehr Bessert, ne? Ja, würde ich nicht sagen. 326. Weißt du da genau? Ne, die gab es mit 286 und 326 Mesen. Das sind das Modelljahren. Okay. Okay. Ich wusste, ich dachte, es ist ja eh nichts neu. Die Bessert, wie damals. Ich bin bei einem mit 286 und bin nicht mal Probe gefahren. Der ging schon ziemlich gut. Mann. Mann. Ich überschätze mich nicht mit meinen, перchalen Comedy- prestartigen Wests. Ach deaf... Wie gar so lächerlich ist die Fahrt? Ja... Ja, klar... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020